V.A. 26. Internationales Jugend-Wölbstanz-Festival 2019 gemütnt im Kern unter dem Motto Tänze der Welt im Reich des Wassers. Und auch heute erleben wir ganz begeisterte und begabte Kinder und Jugendliche aus neun Nationen und drei Kontinenten. Seit nunmehr 26 Jahren übernimmt Ella Holzer die wirklich aufwändige Gesamtorganisation. Liebe Ella, vielen Dank für dein großes Engagement. Herzlich begrüßen in der lotonschen Reitschule. Das Ambiente ist gleich schön wie am Auto. Leider hat es ein bisschen eingeregnen müssen. Es ist so gegen das Wetter immer nichts. Aber es wird auch herinnen trotzdem gleich schön, gleich interessant werden. Und alles muss sich jeder auf den Vier stürzen. Ist einfach grandios. Jeder bitte weitersagen. Wir wissen, mit ihm werden wir das 50er-Jubiläum anfeiern. Danke Frau Vizeprägermeister. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, hier in der Reitschule. Jena Holzer ist eine Person, die die wei große weite Welt in unserer kleinen Welt einfach auf die Bühne bringt. Seid ihr einfach herzlich begrüßt und einen großen Applaus für Jena Holzer, für ihre Tätigkeit. Da wird sie die große Welt des Tanzes hier in der Reitschule in unserer beschaulichen Stadt. Ich sehe das immer wieder auf die Bühne bringt und auf die Beine bringt. Alles Gute. Für die Pfeil in der Folksteinsgruppe Federico Angelica Avian. Musik 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 Applaus Ich freue mich, hier in Kärten zu sein. Hier ist es schön und ich kann neue Freunde und neue Kulturen kennenlernen. Wir wollen uns bei Frau Wetterfurtzern für die Einladung bedanken. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh! Let's go! Oh, oh, oh! Hey! Hey! Schiff, 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 schiff! Applaus Nächster Programmpunkt ist die Kinder-Volkstanzgruppe aus Kremsch, Stein an der Donau. Wir erleben die jungen Tänzer und Tänzerinnen in typischer Wachauer-Tracht mit Goldhaugen und Wachauer-Hochten. Musik 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 Rapost aus Moomanst in Russland Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die Fliege, die Fliege, die Fliege, die Fliege, die Fliege frei ein. Einen vollbenannten Abschluss erleben wir jetzt noch mit der Tanzgruppe Via Institute aus Thailand. Vielen Dank. 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 ...